Der Löwe und die Maus Eines Tages lief eine Maus zwischen den Tatzen eines Löwen. Der Löwe schaffte schläflich auf die Maus und ließ ihn zwischen. Die Maus bedankte sich und sagte, vielleicht kann ich dir einen Tag helfen. Der Löwe sagte lachen, wie kann ein so winziges werden, wie du dem König der Tiere helfen. Eine Zeit später jahrte der Löwe im Wald. Dabei geriet er ein Fangnetz eines Jägers. Der Löwe heulte erfolgt Schmerz und versuchte sie zu freien. Aber sie langen nicht. Alle Tiere des Waldes kamen herbei, aber keines konnte den Löwen helfen. Da hörte auch die Maus das Gebrüll des Löwens. Schnell kam sie gelaufen und begann mit ihren kleinen, spätzen Zähnen, die Schnür des Netzes durchzubeißen. So nach der Nacht, bis der Löwe breit war.